Geht's dir auch so, Ralle? Ich hab so ein kleines bisschen Hüngerchen. Kann sein, dass der Ärger war über Zini oder ich hab bisschen wenig gegessen. Ich hab ein Hüngerchen. Wollen wir was bestellen bei PizzaUFO? Guck mal hier, PizzaUFO, original unser Lieferservice. Enjoy the secret. Whatever the secret is, ehrlich gesagt, ich will gar nicht wissen, was das ist. Das ist wirklich das. Wirklich, kein Spaß. Ufo, enjoy the secret. Was wohl deren Secret ist. Und da gibt es wirklich alles, alles, alles. Freibankfleisch. Ich frage mich, wenn ich sowas sehe, wer designt eigentlich solche Pizzaflyer? Ah, ich glaube ich weiß es. Ja, das ist Photoshop Philipp. Er hat's nicht so mit Menschen. Aber er beherrscht Photoshop wie kein zweiter. Adobe Photoshop ist die bekannteste Bibliotheksoftware, die unterm dafür sorgt, dass Frauke Petri so aussieht und nicht so. Man sagt, er habe den schwarzen Gürtel in Photoshop. Ja, er ist Photoshop Philipp. Heute Lieferservice Speisekarte. Der Asia-Imbiss Trattoria Bottrum hat jetzt einen Lieferservice. Der Name von dem Restaurant kommt vorne auf die Karte drauf. Wie schreibt man nochmal Asia-Imbiss Trattoria Bottrum? Äh, ach egal. Philipp macht einfach mal ein bisschen, wie er denkt. Schriftart schön kreativ, bisschen Farbe und die Nationalflagge von Asien. Tomate-Mozzarella-Clipart und ein Bild von einer Pizza. Der Name des Inhabers auch noch. Eitunsch-Küri-Kü-Kü-Kü-Lü. Obwohl die Geschäftsführung eigentlich auf dem Papier, über dessen Frau Melanie läuft. Aus patriotischen Gründen ne türkische Flagge reingekopy-pasted. 24 Stunden Liefer-Service. Mindestbestellwert 2 Euro, sonst lohnt es sich nicht. Rechnet Photoshop Philipp. Can't you like me, Philipp? Beim Lieferservice kann man alles Essen bestellen, was es auf der Welt gibt. Das muss sich natürlich im Design der Speisekarte widerspiegeln. Deutsche Küche, Italienisch, Sushi, Döner und Chinesisch. Indisch-Burger, Pommes, Schnitzel, Katzenfutter, Steaks und mehr. Lieferservice, Nummer drauf, Hochzahlendreher drin, egal. Man kann natürlich auch Faxen oder Bestellung per WhatsApp aufgeben. PayPal-Logo drauf, das wirkt so modern. Obwohl man gar nicht per PayPal bezahlen kann. Auch Hygiene und Datensicherheit sind bei Bringdiensten wichtig. Zum Glück findet Photoshop Philipp ein TÜV-Logo per Google-Bildersuche. Schön prominent vorne drauf designt. Gute Idee. Safety first. Freut sich Photoshop Philipp. Calculating Philipp. Jetzt der Innenteil der Speisekarte. 1600 Spezialitäten. Der Einfachheit halber geordnet nach Art des verwendeten Fleisches. Je 400 Gerichte mit Rindfleisch, Lammfleisch, Schweinefleisch und Huhn. Damit der Kunde denkt, dass das Fleisch von glücklichen Tieren kommt. Gibt's so Illustrationen, lachende Kuh, ein fröhliches Schwein, ein glückliches Huhn. Leider hat er keinen Klippert von einem Lamm, aber ein Widder ist ja sowas ähnliches. Ganz schöne Bleiwüste, da muss er wohl mit Farben arbeiten. Außerdem die besten Klipperts, die er hat auf die weißen Stellen drauf. Halt, stopp! Ihr habt's das mit den Zusatzstoffen. Ach, ganz schön viel Text. Lieber ein bisschen kleiner machen, ist ja nicht so wichtig. Weiß Photoshop Philipp. So, Design fertig, schnell mal kurz auf Fehler checken. Das TÜV-Logo wirkt noch zu klein, da muss er wohl noch mal nacharbeiten. Zum Glück hat Philipp nen Tittenstrahldrucker, er kann also auf Drucken drücken. 50.000 Kopien müssten reichen. Bon Appetit wünscht Photoshop Philipp. Yummy Yummy Philipp. Untertitelung des ZDF, 2020